Bitte hier unten rechts das runde Ding, die Geschwindigkeit auf doppeltes oder beliebiges Tempo, auf die Wiedergabegeschwindigkeit verändern. Schneller drehen. Und heute erwarten uns ja einmal, haben wir dann heute folgende Tagesthemen. Bodo Schiffmann in Köln, die Unvernunft der Kölner Teilnehmer, Bakti auch wieder im Corona-Quartett, die Aufforderung. Und heute geht es auch nochmal um die Sozialreformen beim Corona-Quartett von ServusTV. Ja, die Kurznachrichten und heute großes Kapitel Sozialreformen. Ja, also was ist, wie ist ein Staat wirklich sozial? Ist ein Staat sozial, wenn er die Menschen im Abstellgleis, im Abgeschoben und ja letztendlich Ausgeschlossensein festhält? Ist er dann ein Sozialstaat oder ist er nicht ein Sozialstaat, ein Staat, der alle Menschen wieder zurückholt? Alle Menschen an der Gesellschaft teilnehmen lässt? Oder ist er ein Sozialstaat, wenn er in dem Ausgegrenztsein, wenn er das Ausgegrenztsein verewigt und um die Ausgegrenzten und um das Ausgegrenztsein sozusagen lauter Hilfseinrichtungen macht, Ist er dann ein Sozialstaat, wenn er dann ein Sozialstaat oder ist ein Staat dann sozial, wenn er alle Menschen wieder ins Boot mit hinein nimmt und sie nicht draußen verelenden lässt? Ja, außerhalb des Boots, ja und darum wird es heute gehen, ja auch gehen. Erstmal ein paar Kurznachrichten und dann das große Thema Sozialstaatreformen, ne? Also, Bild-Zeitung. Bild macht ja jetzt auch richtig, Bild-Fernsehen, ja, im Internet-Fernsehen. Skandinavien ist der Corona-Gewinner. Irgend sowas ist da gefallen bei Bild, ne? Hört, hört, ne? Wir hätten ganz vieles nicht schließen müssen. Auch sowas hört man da, sowas ähnliches. Also, toll, es bewegt sich ein bisschen was. Und wie gesagt, Corona-Quartett, ServusTV, wieder hat sich ein bisschen Nachdenklichkeit bewegt. Aber all das ist unwichtig, denn ohne, dass wir bei der Bundestagswahl mitregieren und die Partei Wir 2020, hoffentlich mit Bodo Schiffmann und so weiter, als Spitzenkandidat, ohne das geht's nicht. Ja, und ein paar Worte zu Köln kurz. Also, ich habe mir das vieles angeschaut. Ich bin bewusst nicht hingegangen, weil ich es noch zu früh halte, mit Bodo Schiffmann über die Reformen zu sprechen. Kind, das soll in der Partei so langsam immer mehr sich jetzt mal ausbreiten in den nächsten Wochen in Ruhe. Und sozusagen, und dann ist ja immer noch Zeit, dann rechtzeitig vor der Bundestagswahl das Ganze dann zu besprechen. Aber die Zuschauer waren die Unvernünftigen. Bodo Schiffmann hat immer wieder versucht, hat seinen Helikopter versucht anzuregen, um Abstand zu schaffen. Aber die Leute haben sich herangedrängt. Also, die Leute, die Massen oder das, was da war, die sind einfach rücksichtslos. Ja, kann man nicht anders sagen. Rücksichtslos. Die Polizisten haben Angst. Alle Bürger haben eine ungeheuer durch die vorteilbringenden Gefährlichkeitsüberschätzungsirrtümer an die Drosten, Wieler und Lauterbach glauben. Ja, durch die wurde der gesamten Gesellschaft, auch der Polizei und allen Beteiligten so Panik gemacht. Und die Rücksichtslosigkeit der Demonstrationsteile besteht daraus, eben keinen Abstand zu halten, sondern sich einfach zu drängeln und damit quasi letztendlich auch die Polizei zu zwingen einzugreifen, sozusagen. Ja, denn diese Rücksichtslosigkeit, ja, sozusagen, ich sage immer, Abstand halten bei den Demonstrationen und dabei trotzdem die Maßnahmen kritisieren. Ja, aber nichts eigenmächtig. Den Rest der Gesellschaft Ängsten aussetzen, auch wenn wir wissen, dass die Ängste irrational sind. Die Leute wissen das doch nicht. Und es ist rücksichtslos, anderen Menschen Ängste zu machen, ja. Da waren letztens im Rewe, ja, da waren zwei junge Mädchen, ja, und die drängelten sich an mich heran, an der Kasse, so als hätte es noch nie Corona und noch nie Abstandsregeln und alles gegeben. Ja, sozusagen, ja, weil das ist einfach, stellen Sie sich jetzt vor, das wären jetzt Leute gewesen, also es wäre nicht ich gewesen, sondern jemand, der Angst vor Corona hat, ja. Der wäre jetzt, hätte jetzt vielleicht sogar sogar einen Panikantacker oder einen Herzinfarkt bekommen, weil die sich so an ihn herangedrängt haben, so rücksichtslos, ja. Das ist einfach eine Unverschämtheit, ja, wir leben in einem Rechtsstaat, an die Gesetze haben wir und Regeln haben wir uns alle zu halten und es ist völlige Rücksichtslosigkeit, das ist eine RAF-Rücksichtslosigkeit zu sagen, wir machen uns unsere Gesetze selber. Wir halten uns nicht an die Regeln und an die Gesetze, sondern machen uns unsere eigenen Gesetze. Also, dass sowas machen Terroristen, ja, also liebe Demonstranten, jeder wird es ja wissen, wer gemeint ist, ja, es geht nicht, dass wir halten uns an die Gesetze und kritisieren die Maßnahmen. Und wählen wir 2020, sodass wir eine neue Politik bekommen, in der sowas wie Schweinegrippe und Corona in Zukunft grundsätzlich nicht mehr möglich ist und nie wieder passieren wird. Aber wir brechen nicht die Gesetze, wir sind nicht rücksichtslos, wir machen nicht anderen Angst und quälen sie mit Ängsten, nur weil wir denken, wir dürften uns selber unsere Gesetze machen. Das geht nicht, wählt wir 2020, aber brecht nicht auf den Demonstrationen die Gesetze und die Regeln, das geht alles nicht. Ja, und wie gesagt, wie die Rechtslage in Köln ist, das weiß ich eben auch nicht. Aber natürlich, wenn an sich, wenn die Demo erlaubt worden ist ohne Maskenpflicht, dann sollte das auch als Ausnahmeregelung auch auf dem Neumarkt gelten, auch wenn dort sonst eine Maskenpflicht gilt. Aber wenn die Demo, also für die Demonstrationsteilnehmer wurde sie ja durch diese Erlaubnis, ohne Maske zu demonstrieren, ja, außer Kraft gesetzt. Aber trotzdem, was ich gesehen habe, ich habe keinen ausreichenden Abstand zwischen den Leuten gesehen, also war die Polizei gezwungen, hart durchzugreifen. Ja, also hört auf mit diesen Rücksichtslosigkeiten und Eigenmächtigkeiten, euch selber Gesetze zu machen und selber sozusagen da von einem Widerstandsrecht zu reden. Nein, ihr habt das Recht, bei der Bundestagswahl wir 2020 zu wählen und dann für grundsätzlich die Next Scientists for Future werden wir 2020 so als externe Berater beraten, dass es nie wieder Schweinegrippe geben wird, nie wieder Corona. Natürlich werden sofort auch nach der Bundestagswahl alle Maßnahmen natürlich restlos gestrichen, denn der Horrortrip ist, die Horrorvorstellung ist ja, dass die das noch hinschaffen, die Maßnahmen noch weiter zu streuen. Denn wie war das in irgendwie Australien oder Neuguinea oder irgendwo so in der Region da, ist die Politikerin, die die wahnsinnigsten und überzogensten Lockdown-Maßnahmen gemacht wurde, wurde mit absoluter Mehrheit gewählt. Also das heißt, jeder Politiker wird sich sagen, naja gut, dann machen wir doch knallhart einfach weiter bis zur Bundestagswahl, dann werden wir auch gewählt. Also, wir 20 wählen und nicht eigenmächtig von Widerstandsrecht reden und sich selber eigene Gesetze machen. Noch hat hier die Mehrheit das Sagen und auch wenn die Mehrheit sich irrt, müssen wir uns dieser sich irrenden Mehrheit beugen. Das ist Demokratie. Alles andere ist antidemokratisch. Und auch wenn wir natürlich alle diese Mechanismen kennen, aber wir brauchen eben einen Staat ohne vorteilbringende Irrtümer. Ja, und ansonsten in den Medien, ja überall, da wird zwar also von Bild-Zeitung mal was Kritisches, Nachdenkliches gesagt, aber dann, 10 Sekunden später, wird überall weiter wieder munter Panik gemacht auf allen Sendern und Kanälen und so weiter. Ja, also so funktioniert unsere verrückte Welt, ja sozusagen, ja. Also ohne, dass wir 2020 bei der Bundestagswahl mitregiert, ab der Bundestagswahl mitregiert, wird das auch so bleiben. Das wird immer schlimmer werden, ja, denn alles wird im Moment immer schlimmer. Ja, und ohne die Partei wir 2020 können wir das nicht aufhalten, ja. Deswegen, lieber Professor Bakhti, lieber Wolfgang Wodak und so weiter, Homburg und wie sie alle heißen, mitmachen, mitziehen, unterstützen, selber kandidieren für wir 2020 Bundestagsabgeordneter werden oder wenigstens unterstützen, ne. Ja, so, Sozialstart mache ich nachher, jetzt mache ich noch kurz hier die Kurznachrichten fertig. Ab. So. Also. Ja. Corona-Quartett, die neueste Sendung, ist wieder auf unsere Veranlassung hin vom Sender News und Talks in die Playlist 4 aufgenommen. Schaut nur die Playlist, da sind alle, da sind die, auch die ganzen anderen interessanten Sendungen drin, weil ja, äh, sozusagen, äh, News und Talks nicht an allen Sendungen die Rechte hat, die Veröffentlichungsrechte. Und deswegen schaut nicht auf das, was der Sender News und Talks veröffentlicht, selber veröffentlicht, sondern was er in den Playlists sammelt. Da ist das eigentliche Fernsehprogramm, 5 Playlists, 800 Sendungen, das eigentliche Fernsehprogramm des Senders News und Talks, des besten Senders überhaupt. Ja. So. Dann. Dann war wieder Thema in den Medien Sexualstraftaten, ja. Also, der Kapitalismus funktioniert so, der killermäßige Raubtier- und Heuschreckenkapitalismus funktioniert nun mal so, dass er vorteilbringende Irrtümer multipliziert, die die Sexualität unterdrücken, damit wir shoppingsüchtig, kaufsüchtig, und das ohne böse Absicht, sondern das sind unbewusste Vorgänge, also Irrtümer, die die Sexualität unterdrücken, erweisen sich im Nachhinein als vorteilbringend und werden dann multipliziert, zusammen mit dem Erfolg derjenigen Händler, die dann viele Konsumgüter, Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und andere Konsumsuchtgüter sozusagen verkaufen und damit verbreiten sich dann diese vorteilbringenden Irrtümer und eben die Unterdrückung der Sexualität ist ein zentraler vorteilbringender Irrtümertum und was folgt dann nach der Unterdrückung der Sexualität? Selbstverständlich dann auch Sexualstraftaten, ja, weil es immer auch ein paar Leute gibt, die sich dieser Unterdrückung nicht folgen und die werden dann kriminell, also die werden dann, begehen dann halt Sexualitätsstraftaten, während der Großteil der Gesellschaft einfach sich totfrisst und eben keine Sexualstraftaten begeht. Naja, also sozusagen, die fressen sich dann halt tot oder saufen sich tot oder shoppen sich tot oder was auch immer. Ja, so funktioniert unsere Gesellschaft, ne? Ja, und dann, ja, ich mache es gerade nochmal als Bild ganz kurz hier. Also, das habe ich eben erklärt, ja, also, wer hier ein Frühhändler, der sich nicht irrt und die Sexualität nicht unterdrückt, also nicht gegen die Sexualität redet, der macht keinen besonderen Profit. Während der, der gegen die Sexualität redet und diesem Irrtum wirklich glaubt, der macht riesigen Profit, kann zwei Kinder, drei Enkel, zwei Urenkel ernähren und wird der Vorfahre von Aldi, Lidl und Alnatura und wie sie alle heißen, ja, und er findet lauter geistige Nachahmer. Die Leute kommen zu ihm in Ausbildung und so weiter und werden alle und übernehmen alle diesen vorteilbringenden Irrtum und dann sind die Leute verklemmt und werden shoppingsüchtig und kaufsüchtig und er und sie werden reich und der stirbt aus, ja, weil ohne Unwahrheit, ohne Irrtum, ohne vorteilbringende Irrtümer kann in der heutigen Wettbewerbssituation niemand überleben, deswegen müssen wir diese vorteilbringenden Irrtümer aussterben lassen durch positive Anreize, sodass der hier, der in der Wahrheit ist, für seine wahrheitsorientierte Nahrungsversorgung mit gesunder Nahrung, naturbelassender Nahrung belohnt wird durch positive Anreize und der hier nicht belohnt wird, dann geht der pleite, dann rückt der hier rüber oder er ändert sich und gibt seine vorteilbringenden Irrtümer auf und ersetzt sie und lernt von dem hier oder von den Next Scientist for Future und übernimmt jetzt die dann in Zukunft vorteilbringenden Wahrheiten. So funktioniert echtes Reformieren und das rettet die ganze Welt und das rettet die ganze Menschheit. Deswegen, mir wird jedes Mal schlecht, wenn ich sehe, was es alles für Sendungen gibt und was alles so im Internet und überall in der Gesellschaft diskutiert wird. Also macht euch nochmal klar, das sind alles hier. Natürlich haben diese Leute hier mit der niedrigen Intelligenz, haben natürlich ungeheure mediale Verbreitungsmöglichkeiten und die haben auch viel Publikum, weil natürlich jeder, der durchschnittlich ist, natürlich nur durchschnittlich intelligente Sender schaut oder nur durchschnittlich Intelligentes aufnehmen will und kann, weil die ja der gleichen Meinung sind, die gleichen Irrtümer im Kopf haben wie sie selber. Aber wenn wir doch Verbesserung in der Welt wollen, müssen wir doch uns konzentrieren auf diese Quellen von Information, die höchst intelligenten. Denn von hier kriegen wir doch notwendig nur vorteilbringende Irrtümer, manipulatives Irrtümer aller Art und einfach nur Unwahrheit. Und hört einfach auf, nochmal mein Tipp an die Zuschauer hier, hört auf, den anderen Unsinn zu schauen, denn da gibt es keine Lösung, da wird nie was besser werden. Na, geht nicht. So, dann, ja, das waren die Kurznachrichten und jetzt gehen wir auf den Sozialstaat ein. Ja, jetzt kommen wir zu dem großen heutigen Kapitel. Also, was ist echtes Linkssein? Ja, Bodo Schiffmann selbst, was hat er gesagt? Er hat auch mal Grüne gewählt und, und ja, also sozusagen, wenn wir mal sagen, wir 2020 versteht sich auch als eine Partei der Mitte. Also, Raum, Grüne, SPD, linke Teile der CDU, linkere Teile der CDU, das ist Linkssein, das ist vernünftig Linkssein, das ist bodenständig Linkssein, das ist realistisch Linkssein und eben die Next Scientists for Future unterscheiden sich nur, dass sie als vernünftige Linke sozusagen, als vernünftige evolutionsbiologische Linke, ja, Sarrazin und Kutschera, das ist eher sowas wie die evolutionsbiologische Rechte oder Leichtrechte, da ist so eine Spur an völkischem und nationalistischem mit drin, das uns gar nicht gefällt, also von daher, wir sind die evolutionsbiologische, vernünftige evolutionsbiologische Linke, unterscheiden uns aber von der verträumten Linken und von der kriminellen verfassungsfeindlichen Linken, von denen unterscheiden wir uns, mit den verträumten Linken kann man diskutieren, aber die vernünftige evolutionsbiologische Linke macht einfach das, was die Grünen leider nicht, und die Grünen und die SPD und die linke CDU, linke Teile der CDU, nicht richtig können, das machen wir halt richtig, ja, nämlich das Totalreformieren Deutschlands, das längst überfällig ist, aber sozial ist eben nicht, dass wir längst sozusagen eine Spaltung haben, ich mache mal so ein paar Beispiele, was unser Sozialstaat alles so an Spaltung macht, wie er Menschen aufs Abstellgleis ausrangiert, auf dem Abstellgleis ausrangiert, ja, schauen wir es uns doch mal an hier, was wir so alles machen mit der Gesellschaft sozusagen, ab, äh, wir, äh, Polizei, Richter und Staatsanwaltschaft, wir haben im Moment dort das Entstehen von Vorteilbringenden Irrtümern seit ewigen Zeiten zugelassen, sodass die da Vorteilbringende Irrtümer sind, Straftäter sind arme, unschuldige Opfer, die hatten eine schlechte Kindheit, die dürfen wir nicht, da dürfen wir nicht konsequent gegen vorgehen, da müssen wir milderte Umstände walten lassen, auch die Armen, äh, auch die Polizei darf nicht mehr durchgreifen, sollte nicht mehr hart durchgreifen, sondern, ja, die Täter gleich wieder freilassen und so weiter und alles, alle Strafen auf Bewährung und als Staatsanwälte, da sollten wir die meisten Verfahren einstellen, äh, sozusagen, und, ja, also lauter Vorteilbringende Irrtümer sind zu, äh, zu den Philosophien, den, die, äh, die, also zu den Vorteilbringenden Irrtumsphilosophien, die, äh, sozusagen, dort sich ausgebreitet haben und die, zu was führen die? Dass es immer mehr Ausgegrenzte gibt, immer mehr, die festgehalten werden im kriminellen Sein, weil man ihnen nicht knallhart auf die Finger haut und weil man ihnen nicht ganz, äh, sozialarbeiterisch einen neuen Weg in die Legalität ebnet und, 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 und dafür nicht offensiv genug dafür sorgt, sondern man lässt quasi die Kriminellen ausgegrenzt. Man hält quasi Polizei, Richter und Staatsanwälte, halten quasi die Kunden in der Kriminalität fest. Und der Lohn dafür ist, dass die Gesellschaft immer mehr Polizisten, immer mehr Richter und Staatsanwälte bewilligt und, äh, die dann munter Karriere machen können, weil je mehr kriminelle Kunden, desto mehr Nachfrage nach ihrer Zunft und dann werden die nie arbeitslos und können auch nie eingespart werden. So. Fehler, das ist, und jetzt müsste man positive Anreize setzen und dadurch dann diese Vorteilbringenden im Irrtümer wieder aussterben lassen, VIs aussterben lassen durch PAs, das heißt die Weltrettungsformel, und dann würden die Polizei und Richter und Staatsanwälte erstens knallhart durchgreifen und zweitens und quasi den Weg der Kriminalität zumachen und die Leute sozialarbeiterisch mit den Sozialarbeitern zusammen in einen legalen Lebensweg überführen. Stattdessen also quasi, das ist kein Sozialstaat, das ist keine linke Politik, das ist asoziale Politik, die Kriminellen verwahrlosen zu lassen in der Kriminalität, indem man ihnen weder klare Grenzen aufzeigt, noch sie sozialarbeiterisch wieder in die Legalität überführt. Denken Sie ans Arbeitsamt. Das Arbeitsamt, da macht am meisten Karriere, wer die Leute verwahrlosen lässt in der Arbeitslosigkeit, anstatt sie an der Hand zu nehmen, und jeder, der also den vorteilbringenden Irrtum im Kopf hat, das reicht, wenn ich meinen Schreibtischsessel platz sitze und ansonsten brauche ich für die Arbeitslosen nichts zu tun, das ist nicht nötig und so weiter. Wer so einen vorteilbringenden Irrtum hat, im Kopf hat, der macht Karriere, weil so kommen die Menschen nicht in Arbeitslosigkeit, weil man die Menschen verwahrlosen lässt in der Arbeitslosigkeit und wenn man dann noch den vorteilbringenden Irrtum aller Sozialberufler im Kopf hat, nämlich, dass die Leute verhungern würden, wenn sie nicht 450 Euro kriegen würden im Monat und so weiter oder und dann die Tafel nicht da wäre und so weiter, dann würden ja alle verhungern und so weiter. Die haben zwar alle Übergewicht, aber würden ja dann alle verhungern und so weiter. Wenn man solche vorteilbringenden Irrtümer im Kopf hat, kann man richtig Karriere machen im Arbeitsamt und in den Sozialberufen, weil es dann immer mehr werden. Man lässt also einen ganzen Teil der Gesellschaft aufgrund dieser vorteilbringenden Irrtümer werden quasi der Verwahrlosung überlassen und der Ausgegrenztheit. Ist das sozial? Ist das linke Politik? Nein, das ist asoziale Politik. Das ist asoziale Politik. Ja, und ja, insofern Sozialberufler halten aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer ohne Schuldbewusstsein, ohne sich einer Schuldbewusst zu sein, halten sie die Kunden in einer Abhängigkeit fest. In einer Hängematte, in der sie sie einerseits verwöhnen, um sie festzuhalten und andererseits eben ihnen nicht helfen, da rauszukommen. Das ist asoziale, eine asoziale Gesellschaft, ohne böse Absicht. Also nichts hier Verschwörung. Das sind vorteilbringende Irrtümer. Es mag einzelne Kriminelle dabei sein, die das aktiv betreiben, aber das sind die wenigen schwarzen Schafe, wahrscheinlich. Die Mehrheit glaubt einfach die vorteilbringenden Irrtümer der Zunft. Ja, zum Beispiel die Sozialberufler haben auch die vorteilbringenden Irrtümer im Kopf. Mindestlöhne und Tariflöhne und Gewerkschaften seien gut. In Wirklichkeit hält das die Menschen in der Arbeitslosigkeit fest, denn Mindest- und Tariflöhne bedeuten, dass Menschen für weniger Geld, die nichts können, unqualifizierte Menschen, nicht erlaubt wird, zu arbeiten, für weniger Geld und das hält die Menschen in der Arbeitslosigkeit fest. Ist das linke Politik? Ist das soziale Politik? Nein, das ist asozial. Ja, wir müssen Gewerkschaften abschaffen, das spart viel Geld ein, wir müssen Tariflöhne abschaffen, wir müssen Mindestlöhne und all den Kram abschaffen, wir müssen entweder ein winzig, wir müssen diskutieren über ein winziges bedingungsloses Grundeinkommen oder ein winziges Hartz IV, damit wir die Menschen nicht festhalten in der sozialen Mengematte, denn das ist das Asoziale. Wir müssen die Menschen auf den Weg finden, bringen, wie gut es sich anfühlt, wieder Teil der Gesellschaft zu sein, wieder mitzuarbeiten und wenn es auch nur ehrenamtlich ist. Ich habe es ja schon tausendmal gesagt, die Arbeitsamtmitarbeiter kriegen für jeden, der in Arbeit ist, fortlaufende Verdienstzuschüsse und ansonsten verdienen sie nicht viel. Also das heißt, die werden total interessiert daran, dass jeder in Zukunft arbeitet, niemand, jeder Behinderte macht so viel, wie er kann und ja, und jeder macht das, was er kann und dann sind alle Teil der Gesellschaft. Menschen in der Ausgegrenztheit verwahrlosen zu lassen, ist das Asozialste, was es gibt und das ist keine linke Politik, das ist nichts anderes als Asoziale Politik, die sich vielleicht für links hält, ist aber nicht links. Das sind Pseudo-linke Grundhaltungen, ja. Ja, und dann, die Sozialberufe haben noch weitere vorteilbringende Irrtümer, mit denen sie die Leute in der Ausgegrenztheit festhalten, ja. So, ich habe es gerade erwähnt, ja, die Leute verhungern doch, wenn sie weniger als 450 Euro Sozialhilfe kriegen und die können doch auch keine Kleidung mehr kaufen und so weiter. Ja, und, ja, und, wobei ich dazu sagen muss, echte soziale Politik, wie wir sie machen, heißt Recht auf Wohnung und zwar auf eine eingerichtete Wohnung. Wenn der Kühlschrank kaputt ist, muss man zwar von seiner Sozialhilfe oder seinem, von seinem Hartz IV oder seinem, von seinem Mini-Hartz IV oder von seinem Mini-Bedingungslosen Grundeinkommen zwar etwas dazu bezahlen zu dem neuen Kühlschrank und der bleibt dann auch Staatseigentum. Dadurch wird man dann motiviert, den Kühlschrank immer pfleglich zu behandeln, weil man ja im Zweifelsfalle was dazu zahlen muss, gute Anreize, positive Anreize setzen, ja. Aber im Prinzip sorgt der Staat und steigt in jeden Mietvertrag ein, den bis jetzt das Arbeitsamt bezahlt und so weiter, also wird zum Hauptmieter und die Mieter sind nur noch Untermieter des Hauptmieterswohnungsamts, ja. Also das einzige Amt, was wir vergrößern, ist das Wohnungsamt. Aber diese vorteilbringenden Irrtümer sind eben zum Beispiel, ja, die Menschen brauchen doch die Tafel. Gibt es was Entwürdigendes, als mit Essensresten abgespeist zu werden? Nein. Die Supermärkte und alle Händler werden dazu verpflichtet, rechtzeitig genug ablaufende Nahrung zu verkaufen, zu billigen Preisen im Supermarkt und niemand, es wird verboten, jeder Griff in einen Mülleimer oder in einen Kontinuier das sogenannte Containern, wird strengstens verboten. Wir wollen doch keinen Dreckstaat. Wollen wir am Ende darauf hin, dass bei uns Kinder auf Müllhalden leben und ist das linke Politik, dass wir am Ende es zulassen, dass Menschen auf Müll halten und Kinder auf Müllhalden leben und in den Müll wühlen und dort Essensreste rausklauben und sich diesen versifften Dreck in den Mund stopfen müssen? Wollen wir da hin? Wir sind auf dem Weg dahin. Wir lassen es schon zu, dass die Menschen in den Mülleimern eklig in den Mülleimern und Containern und Müllcontainern wühlen und so weiter. Wir lassen es zu, dass sie dreckige Flaschen sammeln. Ja, warum denn nicht fünf Euro Flaschen fand auf so eine Flasche? Dann gibt es kein Flaschensammeln mehr. Schluss damit. Ja, und die Kleider kann man selbstverständlich müssen die, und die Sozialkaufhäuser, die müssen alle geschlossen werden und in Second-Hand-Shops umgewandelt werden mit staatlicher Unterstützung natürlich. Ja, denn das ist sozial. Es ist doch nichts Entwürdigendes, als irgendwie Flaschen zu sammeln oder in Mülltonnen zu kratzen oder auf Müllhalden zu leben. Wollen wir, ist das linke Politik, soziale Politik, dass wir das wollen? Wollen wir das zulassen? Wir sind doch gar nicht mehr weit davon entfernt, dass irgendwann Kinder auf Müllhalten leben, auf Müllkippen wohnen und leben. Ja, das dauert doch nicht mehr lange. Wir sind doch schon auf diesem Weg. Das ist doch keine anständige linke und soziale Politik. Also, ja, und die Wohnungseinrichtung, ja, das, ja, alles wird so gemacht von den Anreizen, dass die Leute in ihren Wohnungen Strom sparen, Wasser sparen und Heizung sparen, weil sie sonst selbst was daran bezuzahlen müssen, sozusagen, und dass sie die Geräte und die Möbel pfleglich behandeln, denn wenn sie was Neues brauchen, müssen sie sich daran beteiligen von ihrem Mini-HRZ-IV oder Mini-Bedingungslosen Grundeinkommen. So werden die Leute motiviert, pfleglich mit ihrer Wohnung umzugehen, die ihnen ja schließlich kostenlos vom Sozialamt gestellt wird, ja, sozusagen, vom Wohnungsamt gestellt wird, vom Wohnungsamt und das Wohnungsamt betreut die Leute auch, stellt natürlich entsprechende Sozialarbeiter an und so weiter, aber jeder wird nur noch belohnt, wenn alles gut geht, wenn die Leute, also das heißt, es wird also dann ja auch verboten, obdachlos zu sein, Recht auf Wohnung und Pflicht auf, also Pflicht auf Wohnung steht zuerst und dann aber auch Recht auf Wohnung, also rumlungern, es wird nicht mehr gestattet, uns vor die Haustür zu scheißen und zu pissen wird nicht mehr gestattet. Ist das ein Sozialstaat, der das zulässt? Ist das ein sozialer Staat, der zulässt, dass die Leute bei uns, bei uns ist die Commerzbank, ja, und so weiter, hier in der Nähe vom Büro und da scheißen die Leute rein, ja, und pissen rein und es stinkt und es ist, ja, ist das ein sozialer Staat? Ist das linke Politik, wo es allen gut geht? Und ja, wie geht es denen, die da scheißen müssen und wie geht es, weil sie keine Wohnung haben und wie geht es denen, die da, die den Scheißgestank oder in die Scheiße reintreten müssen, ja, also ist das ein sozialer, ist das linke Politik? Nein, das ist asoziale Politik, ja, das ist asoziale, anti-linke Politik, ja, auch wenn die Macher solcher Politik sich vielleicht als links fantasieren, aber sie sind nicht links, das ist nicht links, links will, dass es allen Menschen gut geht und dass alle glücklich und gesund und lange leben, das geht in der Obdachlosigkeit nicht, ne, und in der Kriminalität nicht und, ja, so, ja, und dann Secondhand-Kleidungsläden, ja, anständig einkaufen gehen und wenn es im Secondhand-Laden einkaufen ist, okay, ja, also, das muss die Nachfolge von den Sozialkäufhäusern antreten, ja, nix Sozialkaufhaus, ist doch alles Diskriminierung, alle machen mit in der Gesellschaft, niemand, ist arbeitslos grundsätzlich, niemand ist Arbeitslosigkeit, das mag eines der wenigen guten Dinge in der DDR gewesen sein, dass dort alle mithelfen durften, da gab es aber auch noch zu viele vorteilbringende Irrtümer, sonst hätte es da auch keine Kriminalität mehr gegeben, weil das, man muss ganz klar sagen, das war natürlich kein guter, das war ja kein guter Sozialismus, das war ja Pseudo-Sozialismus, Pseudo-Kommunismus, Pseudo-Planwirtschaft, ja, also wir wollen doch einen menschlichen, guten Sozialismus, Kommunismus, der aber natürlich nur vorsichtig ist mit planwirtschaftlichen Elementen und vorsichtig und gezielt marktwirtschaftliche Elemente selbstverständlich einsetzt, die Lösung liegt nicht in Planwirtschaft oder Marktwirtschaft, sondern selbstverständlich marktwirtschaftliche Elemente, wo sie hingehören, ja, selbstverständlich, ja, wenn wir also Leistungsranglisten für Ärzte einführen, für Hausärzte und Hausarztersatzpraxen, wo jeder, der im Gesundheitssektor tätig sein will, das Recht hat, eine eigene Ausarztersatzpraxis aufzumachen und dann wird die Leistung gemessen, das ist Marktwirtschaft, gibt es was marktwirtschaftlicheres, es ist aber auch das Sozialste, was es gibt, es ist aber auch das Linkeste, was es gibt, weil es dazu führt, dass es allen Menschen gut geht, ja, das ist echt sozial, also immer das richtige Verhältnis haben zwischen den richtigen, guten, planwirtschaftlichen Elementen und den richtigen marktwirtschaftlichen Elementen und nur so entsteht kann ein menschenfreundlicher echter Kommunismus mit Hausarztgesundheitskommunen, mit Healthy Lifestyle Clubs, mit Hausarztgesundheitskommunen und so weiter entstehen, sozusagen und nicht anders, das geht nicht anders, planwirtschaftliche Elemente an der richtigen Stelle, positive Anreize und marktwirtschaftliche und Marktelemente an den richtigen Stellen, ja, in vielerlei Hinsicht bedeutet das mehr Markt als bisher, in manchen Punkten eben weniger freier Markt, denn freier Markt tötet, ja, und dann und dann denken wir an die Zunft aller Lehrenden, ja, deren, ja, die hält die Kunden fest durch so vorteilbringende Irrtümer, dass sie, was weiß ich, fragwürdige Bildungsexperimente für wichtig und richtig halten und Unterrichtsstile, fragwürdige Unterrichtsstile für gut halten, ja, und dieser vorteilbringende Irrtüm, all das halte ich für gut als Lehrer, das hält die Kinder fest, die Kunden fest in Lernschwierigkeiten, ja, denn quasi der Lehrer erzeugt die Lernschwierigkeiten, ja, und so hält man die Leute fest, sodass sie mittlerweile 13 Jahre zur Schule gehen müssen und trotzdem nichts können, ja, nichts können und nichts wissen und auch nicht menschlich nicht wirklich gebildet sind und nicht zum sozialen Leben fähig sind und so weiter, ja, also ist das gute linke Politik? Nein, das ist asoziale Politik, sowas zuzulassen, ja, ja, die Zunft der Waffenhändler hält die Menschheit fest über ihre eigenen vorteilbringenden Irrtümer in der Gewaltbereitschaft und verkauft dann mehr Waffen ohne böse Absicht, die glauben, ihre Gewalt verherrlichenden Ideen, ja, ich habe das ja erlebt, die Amerikaner, die glauben wirklich, dass der Krieg zum Leben gehört, dass es zum menschlichen Leben gehört, sozusagen, kriegerisch zu sein und deswegen muss die USA auch immer mal wieder ein bisschen kriegerisch sein, ne, ja, solche vorteilbringenden Irrtümer, das sind die direkten vorteilbringenden Irrtümer, die die Leute im Kopf haben, die in der Waffenindustrie arbeiten, ne, ja, und, ja, und wir müssen auch gleich noch sprechen über die Bevölkerungspolitik, erstmal mache ich jetzt mal die Homepage, also ich habe mal so die alten Texte vom Weltrat und den Next Scientist for Future gehört, das sind übrigens alles, nichts davon steht fest, das ist alles nicht in Stein gemeißelt, das ist einfach nur mal so ein Entwurf hier, wo habe ich es, hier, das ist einfach mal so ein bisschen Entwurf, Vorentwurf, mal so ein paar Vorüberlegungen, wie sieht echte linke Politik aus, wie sieht echte sozialstaatliche Politik aus, wie kommen wir zu einem guten, echten Kommunismus, Sozialismus, sozusagen, oh, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht, Leute, jetzt habe ich, tut mir leid, ich muss hier irgendeinen Fehler gemacht haben, so, Professor Panse, ja, Professor Panse ist der, der quasi auch von der gesunden Angst spricht, der also quasi letztendlich indirekt die Frage stellen würde, bei bedingungslosen Grundeinkommen ist es gut, die gesunde Angst, die Menschen vielleicht brauchen, um aktiv zu werden, sozusagen auszublenden, so, jetzt muss ich hier, ich kann leider nicht stoppen und weiter laufen lassen, weil das macht das Gerät nicht mit, ich muss hier einfach noch mal Tafel suchen, ja, jetzt haben wir es, da ist es, so, jetzt geht's los, hier, hier, nachher machen wir noch Bevölkerungspolitik, Einwanderungspolitik und Asylgesetze, Einwanderungsgesetze, Asylgesetze, gesunde Angst, habe ich schon erwähnt, und jetzt, also, wie geht ein echter, idealer Kommunismus, Sozialismus mit den richtigen planwirtschaftlichen Elementen, mit den richtigen marktwirtschaftlichen Elementen, wie geht also ein echt mit den echt sozial marktwirtschaftlichen Elementen, im Gegensatz zu dem asozialen, bisherigen sozialen marktwirtschaftlichen System, wie geht also echter Sozialstaatlichkeit, was ist echt sozial, was ist echt links, und was ist echt grün, was ist die Weiterentwicklung von grün, SPD und den linken Teilen der CDU, dem sich ja auch die Partei wir 2020 tendenziell verschrieben hat, als Partei, der vernünftige Partei der Mitte, was sie sein möchte, ja, also, nachdem all die eindeutig notwendigen Reformen durchgeführt sein werden, wird sich danach auch bei den dann völlig veränderten Bedingungen immer noch die Frage stellen, führt mehr Druck und Härte zu mehr Arbeitsbereitschaft für die Gemeinschaft, oder das Hereinholen in die Gemeinschaft und Aufwerten durch ein Grundeinkommen tatsächlich messbar zu mehr Arbeitsbereitschaft, Fragezeichen, ja, also brauchen wir die Grundangst, um aktiv zu werden, oder ist die völlige Angstfreiheit, die ja dann also mit der Rechtsschutzversicherung, das mini-bedingungslose Grundeinkommen würde uns völlig angstfrei machen, wir hätten genug für gesunde Nahrung, hätten genug für Kleidung aus den Second-Hand-Shops, die dort spottbillig verkauft wird, und so weiter, wir haben alles, was wir brauchen, wir haben das Recht auf Wohnungen, die Wohnung wird von Staats wegen eingerichtet, auch wenn wir uns teilweise beteiligen müssen, damit wir pfleglich mit allem umgehen, also wir haben alles, wir sind geschützt total, wir haben Wohnungen, wir haben das Recht auf Wohnungen, Pflicht auf Wohnungen, wir können völlig angstfrei leben, aber ist das gut? Professor Panse würde wahrscheinlich sagen vom Weltrat, naja, vielleicht braucht der Mensch die gesunde Angst, um aktiv zu werden und sich zu beteiligen an der Gesellschaft, also das ist eine offene Frage, vielleicht müssen wir das da durch ein Experiment machen, dass wir mal eine Region für die Menschen, für die Erwachsenen sozusagen lebenslänglich mit einem bedingungslosen Grundeinkommen versehen, nicht für die Kinder, aber für die Erwachsenen, und so kann uns natürlich passieren, dass die Leute inaktiv werden und nicht mehr arbeiten dann, weil sie eigentlich dann völlig angstfrei sind, ja, aber das mini-bedingungslose Grundeinkommen wäre ja so klein, dass ich hoffen würde, dass die Leute trotzdem dann aus Spaß arbeiten würden, denn eigentlich müssten sie nicht mehr, denn ich zum Beispiel selbst jetzt, ich lebe im Moment experimentell mit dem Geld, ich lebe im Moment, sagen wir so, mit 45 Euro im Monat für Essen, na, also nicht 450 Euro, wie so ungefähr die Hartz-IV-Leute bekommen, sondern ich lebe mit 45 Euro im Monat, also einem Zehntel, ja, mit Ernährung, und ich brauche nicht mehr, ich will auch nicht mehr, weil jedes Cent, den ich mehr in der Tasche hätte, Sie wissen, dass ich mit der Tresor-Methode mich gerade selbst, sozusagen, gerade 16 Kilo abgenommen habe und jetzt eben beim idealen Gewicht bin und das jetzt auch gut halten kann mit der Tresor-Methode, ich will auch nicht mehr kaufen können, ich will auch nicht mehr Geld, weil mit dem Mehrgeld würde ich doch nur mir schaden und meiner Gesundheit schaden, aber gut, jemand anderes will vielleicht mehr Geld, ich bin sowieso jemand, der am liebsten quasi von nichts lebt und von Luft und Liebe und von Wasser und von gesunder Ernährung, von Gemüse und Obst und gestern habe ich zwei Duschen Fisch gegessen, war ein bisschen zu viel, weil ich dadurch heute dann das Gewicht, ich werde 100 Gramm zunehmen heute, naja gut, ist nicht so schlimm, mache ich morgen besser, ja, aber, ja, also Fisch und Gemüse und Obst und Nüsse und Haferflocken und Hülsenfrüchte und, 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 ja, ja, gesunde Sachen halt, ne, und alles andere, dafür habe ich gar kein Geld, weil ich mich selbst im Moment diszipliniere auf 1,50 Euro pro Tag, ja, und, ja, und ehrlich gesagt, ist natürlich schon so, wenn ich mal ein bisschen mehr brauche, natürlich, äh, dann weiß ich auch, äh, äh, sozusagen, was ich meine, mehr zu brauchen, brauche ich in Wirklichkeit gar nicht, das sind zum Beispiel teure Nahrungsergänzungsmittel, oder, denken Sie, Sie bräuchten ein DHA, EPA-Öl, wo eine Mini-Flasche 20 Euro kostet, brauchen Sie nicht, ich mache es halt, weil ich irgendwie, naja gut, äh, irgendwo so, natürlich so ein bisschen auch, äh, äh, der Nahrungsergänzungsindustrie auch so ein bisschen Tribut solle, und okay, ich kaufe dann halt dieses sündhaft teure DHA, EPA-Öl, aber, wer das kaufen möchte, der soll doch arbeiten, und es sich verdienen, so, ja, und, und, und so weiter, aber im Prinzip, mehr als 45 Euro im Monat brauche ich nicht für gesundes Essen, und der Rest sind so Luxusspielereien, ja, wozu brauche ich, äh, einen sündhaft teuren, frischen, frischen, äh, wie heißt das, äh, frischen Ingwer, ja, zum Beispiel, der kostet das Doppelte von dem Trocken, oder das Dreifache von dem trockenen Ingwer im Supermarkt, ja, äh, brauche ich wahrscheinlich nicht, ne, aber, vielleicht brauche ich den Ingwer nicht, vielleicht brauche ich das Kurkuma nicht, na gut, ich nehme es halt zu mir, ja, aber dafür auch, dafür reichen die 45 Euro im Monat, ja, ich muss ja nicht große Dosen davon essen, ne, ja, also bei den vorgeschlagenen und aktiven Weisen, findet sich die ganze Bandbreite der Sozialstaatsmodelle, was eine hochdifferenzierte Diskussion verspricht, von keinem Grundeinkommen, wegen der Sorge eventuell Fehlanreize zu setzen, bis zu den 1250 Euro, schon ab Geburt von Professor Paraschivopoulos vom Weltrat, wie gleich unten im Radio-Video vorgestellt, mitsamt einer Diskussion der Bevölkerungspolitik, ja, dazwischen liegen solche Sozialstaatsmodelle, wie zum Beispiel vorläufiges Diskussionspapier Sozialstaatsmodell 4, zum Zwecke der Stärkung der Wirtschaftentsendung so vieler Behördenmitarbeiter wie möglich in die Wirtschaft, ja, wir müssen alle Leute in die Wirtschaft rein, wir müssen, Ärzte müssen in die Wirtschaft rein, die wir nicht mehr brauchen, wenn wir ein Gesundheitssystem haben, das den Namen verdient, ein echt soziales, linkes, soziales Gesundheitssystem, das Gesundheit fördert und nicht Profite macht und die Patienten festhält in der Krankheit, um Geschäfte, wieder haben wir das Festhalten durch Vorteilbringende Irrtümer, also das ist das Wesen einer asozialen Gesellschaft, dass alle sich ihre Kunden festhalten in der Ausgegrenztheit, sei es der Ausgegrenztheit der Krankheit, der Ausgegrenztheit der Kriminalität, der Ausgegrenztheit der Arbeitslosigkeit, das ist asoziale Gesellschaft, das ist nicht links, das ist nicht sozial, ja, nur wir sind sozial und links, ja, das ist vernünftige, evolutionsbiologische Linke, ja, um diese Mitarbeiter freizubekommen, ein Grundeinkommen, ja, das Mini-Grundeinkommen ist ja etliche 100 Euro, denn sie müssen ja Krankenversicherung rechnen, Pflegeversicherung, Rechtsschutzversicherung, wird ja alles automatisch überwiesen, für jeden Bürger dann, und Miete wird ja auch überwiesen, beziehungsweise wird direkt vom Wohnungsamt bezahlt und so weiter, ja, oder übernommen. Ja, freies Wohnen für die, die es brauchen und den Rest beim bedingungslosen Grundeinkommen würde ja dann wenigstens ein Teil der Miete, ja, also letztendlich wäre es vielleicht sogar gut, wenn alle Wohnungen, die wir überhaupt haben, alle vom Wohnungsamt angemietet würden, oder der Wohnungsamt ist immer der Hauptmieter und alles andere mietet man, auch wenn man viel Geld hat, wenn man Millionen hat und will eine ganz teure Wohnung mieten, die mietet man halt beim Wohnungsamt. Warum denn nicht? Denn wir brauchen es, dass der Staat einen Überblick hat, ja, da werden wieder manche sagen, ja, viel zu viel Planwirtschaft, nein, es ist doch gut, wenn der Staat einen Überblick hat, wo Wohnraum ist, wo Wohnraum frei steht und so weiter und den Ganzen und der Staat, das Wohnungsamt ist aber ein marktwirtschaftlicher Mieter dieser Wohnung, ja, dass der Preis geht nach Markt, ja, vielleicht, indem wir eben es so machen, dass wir in einer Stadt zwei in Wettbewerb stehende Wohnungsämter oder drei in Wettbewerb stehende Wohnungsämter haben, die dann, wodurch dann Markt entsteht, ja, unser Kartellgesetz verbietet ja dann Monopol, sodass das Wohnungsamt quasi gesplittet wird, es gibt drei Wohnungsämter, die miteinander in Wettbewerb stehen, in marktwirtschaftlichen Wettbewerb stehen, sodass dann sozusagen jeder Vermieter drei in Wettbewerb stehende Mieter hat, nämlich drei verschiedene Wohnungsämter und die überbieten sich dann und dadurch entsteht ein marktgerechter Mietzins, ja, und dadurch haben wir das Problem doch gelöst und die Wohnungsämter sind dann halt geben ein in eine Staatsdatei einfach nur, damit man weiß, wo überhaupt was frei ist und so weiter, denn unser Prinzip echte Sozialstaatlichkeit und echte linke Politik heißt, nie wieder ein Mensch ohne Arbeit, nie wieder ein Mensch ohne Wohnung, ja, und bisher hält jeder Berufsstand mit seinen eigenen vorteilbringenden Irrtümer die Menschen in der Krankheit fest, im Verbrechen fest, in der Not fest, in der Arbeitslosigkeit fest, in der sozialen Bedürftigkeit fest, überall halten alle fest aufgrund von vorteilbringenden Irrtümern. Da steckt wahrscheinlich außer bei wenigen schwarzen Schafen kein krimineller Plan dahinter, aber das ist eine asoziale Gesellschaft. Das Grundeinkommen gibt den Menschen ihre Würde wieder zurück, niemand muss Bittsteller oder Bettler sein, ich mache das mal ein bisschen schneller jetzt, die können das ja alles in Ruhe lesen, ach so, übrigens, wo habe ich das gefunden, ich habe einfach mal eingegeben, Tafel und Sozialkaufhäuser oder Tafeln und Kleider kann man nicht, einfach google Weltrat, Tafeln und Kleiderkammern und dann kommen sie auf diese Unterseite, ja, google Weltrat, Tafeln und müssen so ein bisschen scrollen und dann kommen sie irgendwann auf diese Seite hier radderweisen.beapworld.de sie kommen nicht direkt hin, sie müssen über google gehen, ich gehe selbst jetzt auch immer unter google, weil es mir zu mühsam ist, weil viele Seiten sind ein bisschen versteckt und so weiter, ja, niemand muss mehr, echte soziale und echte linke Politik bedeuten, niemand muss Bittsteller oder Bettler sein, niemand muss seine Arbeitskräfte vergeuden für nervige Behördengänger, jeder kann stattdessen in der zukünftigen guten Gesellschaft mitarbeiten, sich engagieren und so weiter, ja, wie gesagt, alles ist schon bezahlt, das wäre das mini bedingungslose Grundeinkommen, ja, ja, wollen wir diese voll, wollen wir die, das Leben völlig ohne Ängste, dann, das muss man uns entscheiden, ja, also all diese Kleiderkammern, frühere Tafeln, frühere Sozialkäufhäuser, frühere Behindertenwerkstätten, frühere Obdachlose Einrichtungen werden auf Staatskosten in attraktive, optisch neutrale Second-Hand-Shops und Firmen für ehrenamtliches Arbeiten oder für bezahltes Arbeiten umgewandelt in den für kleinstes Geld, schickste Kleidung, Spielsachen, Schulbedarf erhältlich, es sind, beziehungsweise Spielsachen, Kleidung, Dinge, die das Wohnungsamt für Wohnungseinrichtungen benötigt und, ja, und hier, beim Bezahlen legt man sein Kärtchen vor, das kann ja kombiniert sein mit der Krankenversicherungseinkaufskarte zum Beispiel, könnte eine Karte sein für alles, ja, ja, und dann wird dem Finanzamt zugeschickt, ja, also, nee, vom Finanzamt wird das quasi direkt auf unsere Krankenversicherungseinkaufskarte auch hochgeladen, als Beleg darüber, dass man keine oder nur kleine Zusatzeinkommen verfügt und bei jedem Automatenkontakt updatet das Finanzamt das, ob man wirklich noch berechtigt ist zum Einkaufen, ja, oder man macht es wirklich ganz neutral, wirklich alles sozial, einfach nur Secondhand-Kaufhäuser und der Neuwarenmarkt darf davon nur so wenig wie möglich beeinträchtigt sein, also machen wir doch eine soziale Secondhand-Gesellschaft und fördern das Second, also planwirtschaftlich das Secondhand-Sein und machen dabei aber so viele Marktelemente und beeinträchtigen auch die Marktelemente so wenig wie möglich, machen wir uns klar, die Neuwarenhändler werden ja auch nach dem Schlüssel bezahlt, Verdienstzuschüsse gibt es für die nur noch von Staats wegen, wenn sie uns mit gesunden Kleidungen versorgen und nicht mit giftverseuchten, billigst hergestellten Giftbehandelten Kleidungsstoffen versorgen, sondern alles muss super bio sein, super Natur, super gesund, ja, ja, Arbeitsagentur, Mitarbeiter und Sozialarbeiter erhalten fürstliche Prämien, ja, also zusätzlich zu einem kleinen Basisgehalt für jeden Obdachlosen, Bettler, Arbeitslosen, ja, also quasi alle Berufsgruppen, alle Sozialberufler kriegen die neuen positiven Anreize, wir lassen deren Vorteil bringen, den Irrtümer aussterben, indem sie die Leute buchstäblich an der Hand nehmen, ja, also hier wird das genau beschrieben, ich mache das, lese das nicht alles vor, hier jetzt, die können das ja in Ruhe am Video lesen oder selbst die Homepage aufschlagen, ja, auf jeden Fall gibt es, auch wenn das ein Basisgehalt für Jobcenter Mitarbeiter vielleicht rechtlich nicht möglich gibt, helfen die eingeführten Mitarbeiterranglisten und kleinere Prämien oder Zuschüsse, Verdienstzuschüsse, kleinere Verdienstzuschüsse, also das Zuschusssystem löst die Prämiensysteme ab, denn die Prämiensysteme haben immer in die negative Richtung geführt, Zuschüsse, bei uns müssen, hier müsste stehen Zuschüsse, ja, Verdienstzuschüsse, die die Mitarbeiter ganz anders als früher motivieren dann, ja, jeden Morgen wird der Arbeitslose vom Mitarbeiter das abgeholt und so weiter, lesen sie es genau nach, also alles wird gemacht, alle werden nur noch belohnt, wenn sie quasi nicht zulassen, dass auch nur ein Mensch in Zukunft krank bleibt, chronisch krank bleibt, krimineller bleibt, arbeitslos bleibt und wohnungslos bleibt und dafür werden alle beteiligten Berufsgruppen durch positive Anreize mit Verdienstzuschüssen belohnt und die, die in der Hinsicht nichts Positives bewirken, kriegen halt keine Verdienstzuschüsse und dadurch sterben dann die ganzen vorteilbringenden, bisherigen vorteilbringenden Irrtümer aus und es sterben auch die schwarzen Schafe aus, weil die nichts mehr verdienen, also die Kriminellen, die dabei sind, quasi, ja, also, ja, Fahrtgeld für die Heimfahrt, da können Sie also nochmal nachlesen, wie die Details werden, das sind so die Tipps an die Jobcenter-Mitarbeiter, wie die das machen, dass die mit dem Fahrtgeld kriegen und so weiter, ja, und dann, ja, die Vereinbaren, die Jobcenter-Mitarbeiter kriegen einen Etat, aus dem heraus sie Vereinbarungen, also die Firmen bezahlen dafür, wenn sie den Leuten eine Chance geben und natürlich werden diese, wird das natürlich auch teilweise von den Verdienstzuschüssen abgezogen, sodass also dann die Arbeitsamtmitarbeiter jetzt nicht die, nicht verschwenderisch mit diesen Geldern auslesen, gehen, sie sehen immer, da sind immer wieder Marktelemente drin, ja, überall sind immer gesunde planwirtschaftliche Elemente und gesunde marktwirtschaftliche Elemente drin, keine Spur von schädlichen Formen des Kapitalismus und der Marktwirtschaft und keine Spur von schädlichen Formen einer Pseudo-Planwirtschaft, eines Pseudo-Kommunismus, eines Pseudo-Sozialismus, Haus, das ist echte linke soziale Politik, ja, einige der Weisen, das ist echte, das ist die Weiterentwicklung von Grüne, SPD und linke Teile der CDU, ja, und dann machen wir natürlich, machen wir das alles für TV-Nahrungs- Zubereitungs-Sendungen, in denen die Leuten gezeigt wird, wie sie mit 45 oder mit 30 Euro im Monat sich kerngesund ernähren sollen, wie sie ihre Babys stillen, ja, und das spricht aber das Thema an, also hier, wie müssen wir mit Bevölkerungspolitik machen, erstens, neun Monate nach Einführung der Reformen gibt es für neun Geborene, also zehn Monate danach gibt es für Neugeborene Null Cent. Ihre Kinder müssen, muss jeder ernähren von diesen, entweder von dem Mini-Bedingungslosen Grundeinkommen oder von dem Mini-Hartz-IV. Es geht nicht anders, ja, denn sonst sorgen wir dafür, dass wir das sozusagen alle, die niedrig qualifiziert sind und die quasi jetzt nur durch das neue Arbeitsamt sozusagen, veränderte Arbeitsamt, jetzt quasi irgendwo in ehrenamtlichen Einrichtungen untergebracht werden, weil niemand bereit ist, für so niedrig qualifizierte Leute überhaupt auch nur einen Cent zu bezahlen, sozusagen, ja, dann, dann, dann werden diese Leute nämlich massenhaft Kinder bekommen und deswegen ist es so, Kinder muss man mit eigener Hände Arbeit finanzieren, ja, und dann kriegt man das Recht, jede Frau auf der Welt kriegt das Recht, früher hieß es bei den Linken, mein Bauch gehört mir, bei den Emanzen und Emanzipierten sozusagen, ja, Frauen, mein Bauch gehört mir, nein, die Formel muss einfach nur geändert werden, mein Neugeborenes gehört, was weiß ich, 24 Stunden mir und dann darf die Mutter sich gegen das Kind entscheiden und das Kind wird dann sozusagen in einem glückseligen Rauschzustand einschlafen dürfen, ja, und das gibt es in der Natur, in der Natur hat jede Frau das Recht, Kinder auszusetzen, Neugeborene auszusetzen, ja, Moses schwamm auf dem Nil, er wurde ausgesetzt im Körbchen, ja, und dem Tode überlassen, ja, auf Neuginea, wenn da ein Kind stört, dann wird das ausgesetzt, also, das Neugeborene gehört der Mutter, wir wollen niemanden mehr zwingen zu riskanten Abtreibungen, zu riskanten Chemikalien, das Neugeborene, das ist linke Politik, das ist soziale Politik, nicht mein Bauch gehört mir, sondern mein Neugeborenes gehört mir, natürlich auch der Bauch, ja, also mein Bauch und mein Neugeborenes gehören mir, wir erweitern das einfach nur, ja, und, ja, und, wie gesagt, lauter Unterrichtsfilme werden sein im Fernsehen und überall, die unterrichten, wie man also mit einem ganz, einem Mini bedingungslosen Grundeinkommen oder mit einem Mini Hartz IV kerngesund leben kann, aber eben keine Kinder ernähren kommt, denn, das ist einfach, Kinder, dafür muss man arbeiten, ja, das, so gehört sich das, ja, sonst passiert nämlich leider Folgendes, nämlich, dass der durchschnittliche, die durchschnittliche Intelligenz der Bevölkerung, also, wenn wir hier jetzt auch für Kinder Hartz IV geben würden, zukünftig noch, ja, also, zehn Monate, wie gesagt, nach in Kraft treten gibt es für alle Neugeborenen grundsätzlich kein Hartz IV mehr, kein bedingungsloses Grundeinkommen, gar nichts, wenn bedingungsloses Grundeinkommen, dann erst ab 18, ja, aber vorher gibt es nichts, damit sich die Mütter gegen die Kinder entscheiden, wenn sie selbst noch nicht mehr in der Lage sind, ein paar Euro zu verdienen, ja, sonst sinkt nämlich der Intelligenzdurchschnitt der Bevölkerung ab, denn was, wie war der größte vorteilbringende Irrtüm aller Sozialberufler, mit dem sie die gesamte Gesellschaft ruiniert haben? Alle Neugeborenen sind Genies, alle sind gleich klug, ja, warum ist denn dann meine Urgroßmutter vor vier Millionen Jahren mit ihrem 0,5 Liter Hubraum mit ihrem Fiat 500 Hubraum Gehirn, warum war die denn strunzdumm verglichen mit den heutigen? Warum haben wir heute 1350 Milliliter im Durchschnitt und hatten angeblich schon mal 1500 Milliliter im Durchschnitt, wenn doch alle Genies sind? Und warum gibt es Erwachsene mit 2 Liter Hubraum und Erwachsene mit ca. 1 Liter Hubraum Gehirn, ja, warum gibt es diese Unterschiede, wenn doch alle gleich sind? Dann könnten doch alle mit einem gleich, könnten doch alle mit 500 Milliliter, mit 0,5 Liter Hubraum wie vor 4 Millionen Jahren Genies sein. Also dieser anti-naturwissenschaftliche und anti-evolutionsbiologische Vorteilbringende Irrtum, alle sind klug, alle sind Genies, man braucht nur ein bisschen Bildung raufschütten, dann gehen sie doch mal hin und machen aus einem Bonobo einen wertvollen Innovator und ein Unternehmer der Arbeitsplätze schafft. Der Bonobo hat auch 0,5 Liter Hubraum. Nee, eben, die Gehirngröße korreliert relativ hoch mit der Intelligenz und den Fähigkeiten und den beruflichen Erfolgsmöglichkeiten und Bildung mit der Bildbarkeit und der Fähigkeit für jemanden überhaupt Bildung aufzunehmen. Also es gibt also echte linke Politik, echte soziale linke Politik muss auf dem Boden der Realitäten zurückkommen. Ja, und darf es nicht mehr zulassen, dass mit Vorteilbringenden Irrtümern hier irgendwelche Sozialberufler eine asoziale Gesellschaft erzeugt haben. Ja, also Schluss damit. Wir lassen es nicht mehr zu, dass die Sozialberufler selbst durch ihre vorteilbringenden Irrtümer die Hauptursache für Asozialität der Gesellschaft sind. Festhalten von Leuten in der Not. Das lassen wir nicht mehr zu. Kapitalismus. Ja, also, dann die Einwanderungspolitik. Das sind auch wieder Sozialberufler, die sagen, alle grenzen auf, wir haben Platz, kommt alle nur rein, denn alle sind Genies, alle sind gleich intelligent, alle sind Gold wert. Ja, wenn es stimmen würde, kann man das so machen, aber da das nicht stimmt, da das ein vorteilbringender Irrtum der Sozialberufler ist, machen wir eine neue Politik, nämlich, ach so, ich habe noch vergessen zu sagen, natürlich bekommen dann auch unsere, jede Frau bekommt Steuerfreibeträge, riesige, eventuell sogar riesige Steuerfreibeträge, sobald sie ein Baby bekommt, jede berufstätige Frau, ja, und das heißt also dann, sozusagen, nein, ich muss, berufstätig werden ja alle sein, aber jede, sozusagen, also jede selbst einkommen erzielende Frau erhält drastische Steuerfreibeträge, nicht die Männer, sondern immer nur die Mütter, sobald sie ein Baby bekommen und dann erhält sie Kindersekretärin, Betriebskindergarten, alles auf Staatskosten, so dass dann unsere Karrierefrauen endlich wieder Kinder bekommen dürfen und sollen und die Betriebe bekommen einen Staatszuschuss dafür, dass sie die Frauen nicht, die Mütter nicht schikanieren, sondern einfach weiterarbeiten lassen, so dass also quasi die Betriebe also finanziell unterstützt werden, dass sie Mütter, die sicherlich nicht immer 100% Leistung kriegen können, trotzdem gerne weiterarbeiten lassen, sondern eher das sogar noch als Bereicherung empfinden. Die stillende Mutter an der Arbeit, das muss möglich sein, alles andere ist asoziale Politik, ist keine linke Politik. Die stillende Mutter in der Universität, das muss Normalfall werden, die stillende Professorin und Doktorin an der Universität, das muss Normalfall sein, nur das ist soziale Politik und richtige linke Politik, alles andere ist asoziale Politik, auch wenn sie sich als links fantasiert. Ja, und dann wie gesagt die Asylanlagen Deutschland macht immer für 100 Personen in der Nachbarschaft eines Krisengebietes immer als Erster, wegen der besonderen Geschichte, dem nationalsozialistischen Schuld, machen wir immer als Erste eine Asylanlage für 100 Leute auf, ein paar Leute dürfen sich auch immer, eine kleine Einwanderungsabteilung gibt es da drin auch immer und da können die Leute mit den deutschen Firmen verhandeln, ob sie einen Arbeitsplatz in Deutschland kriegen und dann können sie, dann freuen wir uns über jeden intelligenten Schwarzafrikaner, der bei uns entweder Arbeitsplätze schafft oder mit anpackt und einen gut bezahlten Job hat bei uns und es muss so sein, jede Mutter, die aus dem Ausland kommt, da wird ein Vaterschaftstest gemacht von Staatswegen und wenn das Kind nicht von einem schon länger hier lebenden Vater ist, dann muss sie das Land sofort verlassen, das steht dann im Einwanderungsvertrag so drin und in den Asylanlagen bleibt man so lange, es gibt von den Asylanlagen quasi keinen Weg nach Deutschland, außer über diese Einwanderungsabteilung und die Leute gehen aus den Asylanlagen wieder zurück und sobald jetzt die anderen großen Staaten der Erde auch Asylanlagen mit 100 Leuten haben und mit 100 Leuten belegt sind, vergrößert Deutschland wieder, Deutschland geht immer in Vorleistung wegen der besonderen geschichtlichen Schuld und dann macht Deutschland und stockt auf auf 200 Leute und dann wenn die anderen Staaten alle nachgezogen haben und auch alle auf 200 aufgestockt haben dann stockt Deutschland wieder auf 300 Asylbewerber auf und so die Asylverfahren finden nur noch in diesen Asylanlagen statt ja also niemand kommt mehr nach Europa oder nach Deutschland ja und dann haben wir Wirtschaftswunder durch diese ideale kommunistisch sozialistische planwirtschaftliche Gesellschaft die nichts zu tun hat mit den bisherigen Pseudo Systemen ja da werden wir ein Wirtschaftswunder haben von circa 500 Milliarden Euro jährlich und daraus können wir jetzt auch erstens dulden wir ja jetzt dann keine Entstehung von Parallelgesellschaften mehr weil jeder der mit einem aus dem Ausland kommenden Mann jede Mutter muss ja sofort mit dem Kind das Land verlassen sozusagen also wir dulden nicht mehr die Entstehung von Parallelgesellschaften und wir bezahlen wir kaufen denen die jetzt hier im Lande sind und Parallelgesellschaften gegründet haben kaufen denen ihre Staatsbürgerschaft ab also nur wer aus dem Ausland ist gut bezahlte Arbeit hat und Kinder mit einer Person hat die zu den schon länger hier Lebenden gehört dem bietet man nicht Geld an den lässt man gerne hier denn wir brauchen die genetische Befruchtung aus dem Ausland das sind aber dann anständige Leute die hier und kluge Leute die hier gute Gene einbringen bei uns sozusagen sagen wir brauchen Multikulti aber nur der fähigsten aber wir brauchen keine Parallelgesellschaften denn am Ende zeigt sich dass am Ende es immer wieder nur zu Kriegen zwischen den Parallelgesellschaften kommt schauen Sie sich doch die USA an das sind doch alles Bürgerkriege zwischen Parallelgesellschaften das ist doch kein Zustand das ist doch keine soziale Politik das ist doch keine linke Politik genetisches wir brauchen frische Gene wir brauchen Schwarzafrikaner wir brauchen Inder aber doch bitte dann diese Gene einbringen in unseren Genpool bitte mit den schon länger hier lebenden Kinder in die Welt setzen ja keine Parallelgesellschaft also wie gesagt mit 500 Milliarden im Jahr können wir jede Parallelgesellschaft jeden Parallelclan die Staatsbürgerschaften abkaufen und wie gesagt wenn wir dann noch das Gesetz haben dass jeder der ohne gültige Aufenthalts Erlaubnis in Deutschland aufgegriffen wird bekommt 10 Jahre Gefängnis ohne Chance auf Verkürzung idealerweise im Heimatland so dass dort die Strafe wenigstens als harte Strafe empfunden wird wobei ja auch in Deutschland die Gefängnisse alle Mitarbeiter der Gefängnisse werden ja in Zukunft belohnt anhand der Sicherheitsstimme zum Beispiel anhand der Sicherheitsstimme der Bürger das heißt die werden Gefängnisse wieder so verwandeln dass das wirkliche Strafe ist ja dass das wirklich die Täter die man jetzt nicht schnell genug zurückführen konnte in einen kriminalitätsfreien Lebensweg dass die wirklich richtig durch den dass die Haftanstalten wieder wirkliche Strafanstalten werden und die dass wirklich auch wieder als harte Strafe erlebt wird die dazu führt dass dass niemand jemals wieder Wiederholungstäter wird ja also insofern kann man auch die Leute zehn Jahre Gefängnis bei uns verbringen lassen denn die Strafanstalten werden ja durch die neuen positiven Anreize also die Haftanstalten werden quasi bisher sind die aufgrund von Vorteilbringenden Irrtümern des Personals der Haftanstalten haben sie die Haftanstalten in Hotels verwandelt ich kenne also Berichte wo gesagt wird das sind ja Jugendherbergen für die jugendlichen Straftäter ja und in der Jugendherberge ist man gerne hat man Happy High Life und so weiter nein also durch die neuen positiven Anreize werden die Haftanstalten an das Wohl der Bürger gekoppelt und nicht an das Wohl der Straftäter ja so nach dem Motto ich will mein Hotel vollhalten liebe Leute ich verhandle euch wie Hotelgäste damit ihr wiederkommt und Wiederholungstäter werdet nein das muss genau umgedreht sein die positiven Anreize müssen bedeuten nur wenn die Haftstrafe wieder als knallharte Strafe erlebt wird man könnte sogar darüber nachdenken ob man vielleicht über Chemikalien oder Elektroschocks vielleicht sogar das Ganze abkürzt und sehr sehr harte Schmerz verhängt das ist natürlich muss man diskutieren das klingt jetzt ein bisschen hart aber ist es nicht besser wenn jemand einen Tag schlimmste Schmerzen hat und dann nie wieder straffällig wird als dass wir ihn zwei Jahre zehn Jahre im Gefängnis halten und er dann sozusagen und ihn dann versuchen harte Strafe zehn Jahre zu strecken ist es nicht besser er bekommt zwei Tage eine harte Schmerzstrafe und leidet schrecklich und wird dann aber wieder entlassen und wird wieder nützliches Element der Gesellschaft also ich weiß das ist ein heißes Eisen aber nichts davon also alles was ich heute angesprochen habe nichts davon ist ja beschlossen das muss doch die Gesellschaft beschließen ja das muss doch diskutiert werden ich will es nur zur Diskussion stellen ist es wirklich besser Leute 15 Jahre im Gefängnis zu halten als mit einer Schmerzstrafe die nicht gesundheitsschädlich ist es gibt bestimmt Wege wissenschaftlich gibt es bestimmt Wege Leuten ein extremes Schmerz Empfinden zu erzeugen ohne den Körper zu schädigen sie brauchen doch nur in die richtigen Nervenleitungen ranzugehen ja und dann entsteht ein quasi ein Phantomschmerz also ohne dass was geschädigt ist wird Schmerz ausgelöst und sollten wir darüber nachdenken oder ist das ungerecht weil es könnte ja sich herausstellen dass jemand als unschuldig später erwiesen wird also das Verfahren wieder aufgenommen wird und dann hat er die Schmerzstrafe schon gehabt müssten wir ihm dann nicht riesige Entschädigungen bezahlen wegen dieser grausamen Schmerzstrafe ja also diskutiert es ja also nichts ist festgelegt man muss doch nur einfach offen drüber nachdenken was ist echte eine echte soziale Gesellschaft und ist es sozial Leute 15 Jahre im Gefängnis verrotten zu lassen wenn es dann wirklich harte Strafanstalten sind und es richtig hart ist ja also wie gesagt also echte linke politik echte sozialstaatliche politik ein echter sozialstaat ein echter kommunismus sozialismus echte planwirtschaft ist nicht so wie sich das die linkskriminellen verfassungsfeinde das denken es ist nicht so wie die träumerische linke sich das denkt das geht nur wie es sich die vernünftige evolutionsbiologische linke anregt zur diskussion alles andere geht nicht und funktioniert nicht ja und deswegen jetzt liebe wählt alle die partei wir 2020 die verstehen sich auch in diesem Feld grüne spd ganz bewusst nicht linke nicht links partei grüne spd die linken teile der fdp von mir aus noch und die linken teile der cdu und das ist wir 2020 und das ist die gute neue soziale partei die das wohlergehen aller menschen will zumindest der entstehende landesverband hat jetzt zumindest schon mal in diese Richtung gearbeitet ja ich glaube das war's für heute ich glaube damit haben wir die Eckpfeiler einer neuen eines neuen idealen Kommunismus eines idealen Sozialismus eines einer idealen Planwirtschaft im Gegensatz zu einem Pseudo Sozialismus unter dem alle schrecklich leiden müssen sozusagen dargestellt haben also die echte verantwortungsvolle realistische evolutionsbiologische Linke die vernünftige evolutionsbiologische Linke ja und das ist die einzige das alle anderen Konzepte sind einfach nicht die Wahrheit die fußen immer auf irgendwelchen vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Zünfte und schaden alle und sind machen asoziale Politik am Ende ja und 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 die links kriminellen die machen dann asoziale Politik gegenüber den reichen und die rechtskriminellen machen auch die machen dann asoziale Politik über den reichen gegenüber den reichen Juden das sind alles nur Irrwege ne also ja ich glaube das war's jetzt ja also noch einmal lieber Professor lieber Herr Dr. Wodak Sie sind ein linker SPDler also wählen Sie und unterstützen Sie wir 2020 und die und die Next Scientists for Future Sozialreform denn nur das ist echte linke Politik ja und zwar gute linke Politik und nicht asoziale pseudolinke Politik ja ja Corona Quartett Servus TV ja bitte und laden Sie selber laden Sie diese Sendung down und laden Sie sie selber hoch es sind bis jetzt erst circa fünf Sender die Sendungen von uns hochladen es müssen viel mehr Sender sein machen Sie Re-Uploads ja Sie brauchen uns noch nicht mal zu nennen als Quelle da machen Sie einfach Veröffentlichungen was die lustig sind ja so das war's doch mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau heute Tschüssi bis bald